Heute Morgen sind wir am halben 8 Uhr gelegt worden, mit mega lauter Musik und nachher sind wir rausgegangen und gehen Morgensport machen und wir haben das Spielchen Chigi Chigi gespielt. Nachher sind wir reingegangen und gehen zum Morgen essen, es war mega fein gewesen und nachher haben wir Freizeit gehabt. Nach dem Morgen durften wir uns noch einschreiben, wir konnten zwei Sachen machen, entweder Tänze, Lernen und einen selber finden oder Böste machen. Böste haben wir hier unten gemacht, wir haben Activity Parkour gemacht, da haben wir verschiedene Ballspiele gemacht und am Schluss hat es auch einen Gewinner gegeben. Beim Tanzen haben wir uns noch mal in zwei Gruppen aufteilt, dann haben wir verschiedene Tänze geübt und am Schluss haben wir noch den einen selber erfunden und dann haben wir den anderen auch noch vorgezeigt. Heute am Nachmittag haben wir eine Spielchen gemacht, in die wir in sieben Gruppen eingeteilt wurden. Wir mussten Verbrechen suchen, die in der ganzen Umgebung verteilt waren. Auf diesen Schildern gab es Verbrechen mit verschiedenen Tätowierungen und diese Tätowierungen gaben verschiedene Punkte. Heute zu Nacht gab es Bratwüste und Servalat. Dazu gab es auch noch Herdöpfer. Der heutige Tisch war der Gedanke, dass wir nicht reden durften und wegen dem haben wir Papiere und ein paar Stifte gehabt. Und es wurden zum Teil sehr lustige Sachen geschrieben. Was hat euch heute am besten gefallen? Also mir hat am besten gefallen die Tischgedanke. Mir hat in der Freizeitbändelich nicht am besten gefallen. Also mir hat das Presspacker am besten gefallen und danke für einmal. Mir hat das Tanzen mega gefallen heute Morgen. Wie meinst du? So, steht mal her. Nein, da ist es für dich nicht so schön. Aber wenn ich gegen die Sonnefilme sehe ich euch nicht. Wie wenn wir so auf die Seite sind? Dann nehme ich dann so. Und wenn du in den Schatten stehst und ich bis zu 40. Also ja. Oh scheisse. Heute am Nachmittag haben wir... Heheheh Hutsch ums Nacht. Irgend何 Wir sprechen hier 만들 SERIE